Ein Tiger gegen ein englisches Panzerregiment. Mit einem Tiger ist er in den Feind hineingefahren und hat dieses Bravour-Stück vollbracht. Ja, wer kennt ihn nicht, den Tiger Panzer 1? Legendärer deutscher Panzer. Hat dir der Clip gefallen, dann würde ich mich extrem über einen Kommentar und ein Abo freuen. Ansonsten ich ja auch gerne in meinen Livestreams vorbei, Mittwoch, Freitag, Sonntag auf Twitch. Ja, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Panzer Clip. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.